Norddeutscher Rundfunk 2021 Oh Rex, sag das noch mal. Mein Liebling, meine Liebe zu dir ist tiefer als 10.000 Ozeane. Oh Rex! Ich auch nicht mehr zu spachteln mit mir zu Hause. Kann ich mal den Kühlschrank plündern? Wie alt ist diese Milch? Oh, hallo Minnie. Stell dir vor, ich habe eine private Unterrichtsstunde für dich gebucht. Das ist dein neuer Lehrer, Wurzbos, Tom Dyke, der Dritte. Äh, hallo, ich bin Micky Maus. Sehr erfreut. Na dann, bis später. Na Micky, bereit für unseren kleinen Angelausflug? Au, 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 au! Beginnen wir von vorn. Oh, not, tot, Idiot! Ah! Ah! Ich präsentiere. Michel François Maus. Wie ist das Werdebefinden? Oh, so ein vollkommener Gentleman! Ich schicke Ihnen die Rechnung. Oh, Micky! Michel! Oh, na klar, Michel! Na komm! Ein romantisches Dinner für uns. Schinken-Sandwich mit Käse? Ha, nun, vielleicht kann ich das mit etwas Trüffelöl ein wenig aufpippen. Mini Fred, wo bleibt dein Butler? Ich habe keinen Butler. Was? Schinken-Käse-Sandwiches? Keine Bediensteten! Madame, ich fürchte, diese Beziehung ist beendet. Wenn du mich entschuldigst, ich muss in meinen Club. Michel, warte! Ich habe meinen süßen Micky in ein Monster verwandelt! Ich muss jemanden finden, der ihn zurückverwandelt. Aber wer kann das? Was? Dieser blöde Eimer! Es geht doch nichts über frischend Kaviar! Sehr wohl, ja! Kümmert euch nicht um uns! Tut einfach so, als wären wir nie hier gewesen. Hast du die Sachen? Ja, ich habe alles Käsebällchen, ein Furzkästen, eine Kiste gefrorener Waffeln und alles andere, wonach du gefragt hast. Danke schon! Vergiss nicht, was auch immer du hörst. Öffne nicht diese Tür! Wie könnt ihr es wagen? Lass mich los! Nein, aufhören! Hallo, Minnie! Es tut mir so leid. Wer braucht schon einen Michel, wenn man einen Mickey-Maus hat? Ach du! Ich bin so leid. Du wirst aus. Ich bin so leid. Das ist so leid. Untertitelung des ZDF, 2020